David ist so nett. Ich mag ihn wirklich. Ich kenne ihn nicht sehr gut. Wie ist er denn so? Er ist ein wirklich intelligenter und interessanter Mensch. Er scheint auch freundlich zu sein. Er scheint auch freundlich zu sein. Ja, und er ist wirklich lustig. Er bringt mich zum Lachen. Sei mutig. Geh und rede mit ihm. Sei mutig. Geh und rede mit ihm. Geh und rede mit ihm.